Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres BZ Talks. Mein Name ist Peter Disch, ich bin Redakteur in der Kulturredaktion bei der Bayerischen Zeitung und das Thema heute ist der Dokumentarfilm Fitness California – Wie man die Extrameile geht. Der Film erzählt vom gleichnamigen Freiburger Fitnessstudio. Er erzählt aber auch von der lebenslangen Freundschaft der drei Ringerlegenden aus Freiburg, Adolf Seger, Bernd Fleick und Mario Sabatini und auch von Herrn Sabatinis Frau Dagmar, die das Studio gegründet hat. Der Film aber erzählt auch von einem Stück Sportgeschichte aus Freiburg und von Werten und Prinzipien. Und über all das möchte ich heute mit unseren drei Gästen sprechen. Das sind zum einen Dagmar und Mario Sabatini und zum anderen Nadine Zacharias. Sie hat den Film gedreht, sie ist die Regisseurin. Herzlich willkommen beim BZ Talk. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Bitteschön. Ja, Bilder sagen ja bekanntlich mehr als Worte. Und deshalb, bevor wir in die Fragerunde einsteigen, wollen wir uns erstmal gemeinsam eine Sequenz aus dem Film anschauen, in der Dagmar Sabatini was über die Anfänge des Studios erzählt. Kalifornien, da kommt ja auch die ganze Fitnesswelle her. Es fing damals an, ob es mit Jane Fonda, mit Aurobek oder Arnold Schwarzenegger. Kalifornien, da war eben die Hochburg, ob es Venice Beach war, das Olympic, das war eigentlich so. Ich dachte, so muss es heißen, Kalifornien. Ja, Frau Sabatini, wann wurde das Studio genau gegründet und was war Ihre Motivation? Hat es da das noch nicht gegeben? Bei uns oder nicht so, wie Sie es sich vorgestellt haben? Also gegründet haben wir es am 20. Oktober 1982, wir beide zusammen. Wir waren zuerst in der Löhrerhaastraße, nicht weit von hier. Wir haben beide schon trainiert. Er hat ja schon immer Krafttraining gemacht und ich habe mit einer Freundin Krafttraining gemacht und so sind wir eigentlich auf die Idee gekommen. Das ist meine Idee. So was könnte man ja machen. Ich habe einen kleinen Studio trainiert und ich fand das ganz toll. Ok, was haben Sie denn bis dahin beide beruflich gemacht? Ich war Erzieherin im Kindergarten, so acht Jahre lang mit den Kleinen, jetzt als Größere. Ich war Sportlehrer und Trainer, also hauptberuflich. Ok und dann sind Sie quasi Unternehmer geworden, wenn man so möchte, in die Selbstständigkeit. Hat man da manchmal so ein bisschen Bauchgrimmen? Wie war denn da Optimismus und Pessimismus so bei Ihnen verteilt? Am Anfang waren wir natürlich beide optimistisch. Er war ja immer noch Sportlehrer und wir haben das beide zusammen geschafft. Wir haben uns da durchgeworstelt. Der Anfang war schwer, aber die Leute kamen. Es war ja ein Hype sozusagen, der herüber geschwappt ist zu uns und da war bei uns auch volle Hütte, kann man sagen. Und wie hat sich dann so die Rollenverteilung entwickelt? Heute ist ja auch Ihr Sohn noch mit vor Ort im Einsatz. Willst du zu sein? Am Anfang haben wir beide zusammen im Studio, also man war ja Tag und Nacht in unserem Studio und habe irgendwann geschaut, was kann man da noch machen, was kann man da noch machen. Ich habe ja weiterhin aber mein Beruf als Sportlehrer und Trainer. Ich war ja Trainer im Olympiastützpunkt. Früher war das nur Bundesstützpunkt, jetzt ist ja Olympiastützpunkt. So ist das halt entstanden. Gut. Und heute so im Film sieht man ja, ich sage jetzt mal, Sie sind so ein bisschen die gute Seele, bei Ihnen laufen die Fäden zusammen und er ist nicht das Mädchen, aber der Mann für alle Fälle. Vom Hausmeister bis zum Aufräumen der Gerätschaften und so. Und das funktioniert. Das funktioniert, ja. Ich teile es ja eigentlich mit meinem Sohn dann oder mit unserem Sohn zusammen. Entweder bin ich morgens da oder er ist da. Also wir verteilen das eigentlich über den ganzen Tag wirklich gut. Aber halt sieben Mal die Woche. Okay, also haben Sie immer geöffnet. Wir haben immer geöffnet, ja. Gut. Und damals waren Sie Pioniere, wenn man so möchte. Heute gibt es Fitnessstudios noch und noch. Es gibt viele Filialisten, also auch große Konkurrenz, aber Sie sind immer noch dabei. Was ist so das Erfolgsgeheimnis oder das, was Sie von den anderen unterscheidet? Also bei uns, würde ich jetzt mal sagen, ist es das Persönliche. Wenn jemand reinkommt, der wird schon begrüßt. Und ich unterhalte mich auch gern mit den Leuten. Und es ist einfach familiär bei uns. Es sind sehr viele Freundschaften entstanden bei uns. Es haben sich auch viele gefunden. Natürlich auch wieder getrennt. Aber so ist es halt. Und was würden Sie so sagen? Wie ist das Publikum so? Wie ist das gemischt? Wer kommt? Das Publikum ist also sehr gemischt. Es fängt an. Einfach Angestellte, Ärzte. Alles Mögliche trainiert bei uns. Gut. Herr Sabatini, zu den treuesten Kunden zählen natürlich auch Ihre alten Freunde und Ringer-Kollegen Bernd Fleick und Adolf Seeger. Als Ringer waren Sie alle drei in den 1970ern, also nationale, internationale Spitze. Und mehr über diesen Teil Ihres Lebens und der Freiburger Sportgeschichte erfahren wir jetzt im nächsten Ausschnitt unseres Films oder Ihres Films. Es hat keine Sportart gegeben, die so hoch angesiedelt war wie mir. Da war kein Fußball. Da war schon eigentlich wer. Und da waren wir schon ein bisschen stolz drauf. Und der Mario hat aus dem Lehrbuch einfach gerungen. Also das ging zack, zack, zack. Das war einfach eine Augenweite, dem zuzuschauen. Und kann man gar nicht beschreiben. Es war immer schön, dazu zu gucken. Ich wusste eigentlich immer, wenn er auf die Matte geht, dann passiert was. Das ist Action. Max, du bewegst die Schulter. Komm, geh nach vorne. Und weiter bewegen. Komm. Geh die Schulter nach vorne. Kleine Schritte. Ich hab's gemacht. Ich hab's Freude am Sport. Ich wollte mal als Bub zum Beste der Welt sein. Herr Sabatini, wie kamen Sie und die anderen denn damals zum Ringen? Ich meine, es gibt ja verschiedene Sportarten. Was hat Sie ausgerechnet zum Ringen hingezogen? Es war so, ich hab mit Judo angefangen, weil ich war eigentlich recht schwächtig. Hab gedacht, ich muss einen Zweikampf machen. Und dann hab ich mit Judo angefangen. Und beim Judo war auch einer, der war im Ringen in St. Georgen. Der hat gesagt, ja, du bist leicht. Wir brauchen eine Leichte in unserer Mannschaft. Und so hat das angefangen. Dann bin ich einmal ins Training gegangen, da nach St. Georgen, nach Freiburg St. Georgen. Das war damals die Badenliga. Und das hat mir dann riesig Spaß gemacht. Ausschlaggebend war allerdings mein allererster Kampf. Ich hab nicht mal Ringertraining gemacht. Ich bin vom Judo gekommen. Unser damaliger Vorstand, Adolf Stadlbacher, hat gesagt, du musst gar nicht, du musst nur auf die Waage stehen, du hast gar keinen Gegner, so Leichte gibt's gar nicht. Ja, von wegen, am Samstag, wo dann der Kampf war, stand der deutsche Juniorenmeister vor mir. Und dann hab ich gedacht, oje, das wird was. Aber der Kampf wurde angepiffen. Ich hab aus dem Judo so einen Beinferge gemacht. Der fällt auf den Rücken. Der steht auf. Ich mach's gleich nochmal. Und der Schiedsrichter hat dann abgepiffen. Schulterniederlage. Sieg für mich. Nach 30 Sekunden war der Kampf beendet. Und damals war ein, haben wir in der kleinen Halle in St. Georgen, in der Turn- und Festhalle gerungen, da war die Halle brechend voll. Da haben wir extra noch Tribünen aufgebaut. Ich glaub, da waren eineinhalbtausend Zuschauer in der kleinen Halle. Alles war bei mir ein Schlüsselerlebnis. Und von dem Zeitpunkt an war ich fürs Ringen so Fanat, ich hab, dann hab ich angefangen, täglich Ringertraining zu machen. In St. Georgen damals, da war zweimal Training. In den Ferien, da waren die Hallen zu. Ich hab mir immer Trainingsmöglichkeiten dann gesucht. Bin mal nach irgendeinem anderen Verein gegangen, nach Fürstetten, Emendingen, Waldkirch, überall wo es Ringer gab, bin ich hingegangen und hab dort trainiert. Und so hab ich mich verbessert. Und ich musste ja einiges aufholen, von der Technik her. Ich hab erst mit 19, 20 dann angefangen zu ringen. Ist eigentlich recht spät für, wenn man, wenn man dann international noch was reisen will. Aber ich hab halt jeden Tag trainiert. Und mir hat das Ringen wahnsinnig Spaß gemacht, ne. Wenn man die Gegner austricksen kann, dort finden. Das hat mir Spaß gemacht. Also war das damals eine unglaublich populäre Sport halt. Heute haben wir SC Freiburg, wir haben Basketball, wir haben Eishockey, wir haben alles Mögliche, Volleyball. Aber Ringen war damals, da musste man dabei sein, da war Stimmung, da war, da war was los. Ja, äh, damals, wir sind ja dann aufgestiegen. Wir waren badischer Meister und da wurde die Bundesliga gegründet. Äh, der Verein wollte erst gar nicht in die Bundesliga rein, wenn man gesagt hat, ah, das sind weite Fahrten, Kostenaufwand. Und da war Adolf, Seger und ich, die Einzigen, die gesagt haben, nein, wir wollen. Wir waren damals 18, 20 Jahre alt. Wir wollen in der höchsten Klasse mitmischen. Und da haben wir unsere Funktionäre halt unter Druck gesetzt und bis ich gesagt habe, also wir machen es. Und so ist das dann geschehen. Wir sind in der Bundesliga und seit 1964 dringt ja Freiburg in der Bundesliga, in der ersten Bundesliga, ab und zu mal so ein paar Jahre noch in der zweiten Bundesliga, aber immer Bundesliga bis heute. Das sind jetzt fast 60 Jahre. Das ist schon eine Sache, nicht für Freiburg. Und also, ähm, der Adolf Seger und Sie haben in St. Georgen gerungen. Und der Bernd Fleick war der auch in dem Verein oder bei der Konkurrenz? Und Bernd Fleick war damals in Freiburg-Haslach. Das war unsere Konkurrenz. Das war die größte Konkurrenz. Und die Kämpfe, also Freiburg-Haslach ist ein paar Jahre später auch in die Bundesliga gekommen. Und damals, wo die noch, wo die Lokalkämpfe, das war der Höhepunkt von der ganzen Saison, ne? Und das hat eigentlich das ganze Ring in Freiburg gelebt. Jeder in Freiburg hat von dem Kampf gesprochen. Am Wochenende ist der Kampf. Dann Georgen Haslach. Und da ging es ans Heiß her. Das war schon, war schon enorm. Auf der Matte, aber auch drumherum. Also, manchmal gehen die Emotionen ja auch im Publikum hoch. Ja, ja, das war schon, das war schon. Damals war ja Haslacher und St. Georgen. Das war schon, wenn wir dann im Schwimmbad waren, dann waren wir ein paar Haslacher im Schwimmbad, ein paar St. Georgen. Da hat sich immer Diskussionen gegeben und ein bisschen so Konkurrenzdenken. Aber ansonsten sind wir dann unter Freunden, also unter Ringern, das war man schon, haben wir schon gute Verhältnisse gehabt. Sie haben ja jetzt das Stichwort gegeben, Schwimmbad. Man sieht es auch im Film oder Sie erzählen es auch im Film. Die Erfolge, als die dann da waren, wie hat sich das so im Alltag gezeigt? Also waren wir dann im Schwimmbad in St. Georgen, das da, die Mädels haben sich in Position oder in Pose geworfen und die Kinder wollten Autogramme oder wie war das so? Ja, du kannst die Dagen mal ein bisschen was erzählen. Wie war da auch öfters im Schwimmbad in St. Georgen? Die Mädchen haben natürlich immer geguckt, das war klar. Liefen ja auch immer gut durch die Gegend, sie haben ja gut gebaut aus. Dann die Kinder, die sind ja alle gekommen, Autogramm, Autogramm, da sind die angestanden beim Adolf, wollten immer auf dem Arm Unterschriften haben. Ja, war schön anzugucken. Dann haben sie ja früher noch alle Fußball gespielt im Käfig in St. Georgen, stundenlang. Und immer barfuß. Und immer barfuß und ja, war schön anzuschauen. Fußball ist auch ein gutes Stichwort, also mit Sportarten wie Fußball oder vielleicht auch Tennis hat man damals schon Geld verdienen können, hat man vielleicht sogar auch, wenn man das Niveau hatte, Profi sein können. Wie war es das so im Ring? Ja, im Ring konnte man nicht so viel verdienen. Das war also, als Einheimischer eh nicht, wir sind ja immer in St. Georgen geblieben und da weiß man, die Stammkräfte, die kriegen nicht viel. War vielleicht mal der Kühlschrank drin oder sowas ähnliches, aber so mit Geld war da nichts drin. Also Prämien oder so war damals nicht bekannt? Nein, also, war ein Essen nach dem Ringen. Das war alles eigentlich. Aber wir waren echt stolz darauf, dass wir überhaupt in die Bundesliga ringen konnten in St. Georgen. Das hat uns gereicht. Wir wollten gar nichts. Mal, Entschuldigung, ein Verein von auswärts, größere Stadt oder so gesagt, komm zu uns. Ja doch, da sind schon einige Vereine gekommen. Also wenn wir jetzt weggegangen wären, da hätten wir schon einiges bekommen. Aber das war nicht, das war kein Thema. Nein, das war irgendwo anders hinzugehen. Das ist mein Heimatort hier und ich fühle mich wohl hier. Wir haben eine schöne Umgebung und ich gehe heute oft biken, spiele Tennis hier. Wir haben unser Studio, also ich fühle mich wohl in Freiburg und Umgebung. Also das ist schon toll. Und Kalifornien, das Land der Träume, der Namensgeber des Studios, mal dort gewesen? Nein, bis jetzt noch nicht. Nein, waren wir überhaupt noch nicht. Nein. Gut, Sie waren, wir haben es ja schon gesagt, alle sehr erfolgreich. Nationale Titel, internationale Wettbewerbe. Der Adolf Seger ist sogar Weltmeister geworden, hat olympische Medaillen mit nach Hause gebracht. Sie waren, wie gesagt, alle erfolgreich, aber er hat es halt bis ganz nach oben geschafft. Was hatte er, was Sie vielleicht nicht hatten? Oder wie kam das? Adolf hatte ein besonderes Merkmal. Er war ein Kraftausdauerringer. Und sobald sein Gegner in die Bodenlage gekommen ist, hat er Adolf wahnsinnig Vorteile gehabt. Er hat seine Gegner so lange festgehalten, bis der Muskel ermüdet war. Also wir haben immer so Tests gemacht, ein Glas oder irgendwo so ein Gegenstand, Wäscheklammer oder Bierglas festhalten. Solange der Adolf war immer in der Muskulatur sehr, sehr ausdauernd, also Kraftausdauer. Und das hat die meisten Gegner zermürbt. Also wenn Adolf im Bodenkampf war, da hat er jeden Gegner Mürbe gemacht. Wenn die dann hochkommen, dann haben die keine Reaktion mehr gehabt. Die Muskulatur war ausgebrannt, da war nichts mehr drin. Und so Adolf hat er seine Kämpfe gewonnen. Und als Sportler war er ehrgeizig, aber auch ehrgeizig. Wenn man von zu Hause aus nicht viel hat, dann ist man ein bisschen ehrgeiziger im Sport und versucht man im Sport alles zu erreichen. Und das war halt unser Plus. Er spricht das ja auch im Film offen an. Es war eine große Familie, die Seegers. Zweieinhalb Zimmer für die Eltern und einen ganzen Stall voll Kinder. Neun oder Zehn, mit den Eltern zu zwölf. Hat es damals auch eine Rolle gespielt, dass man durch den Sport vielleicht auch die Leiter ein Stück hochklettern konnte, aber natürlich auch rumgekommen ist? Ja, klar hat es eine Rolle gespielt. Ich habe 100 Meter neben Adolf gewohnt. Die gleichen Wohnungen, das waren in St. Georgen diese Bergmannswohnungen. Das waren zwei Zimmerwohnungen. Und ich habe mit meinen Eltern 100 Meter vom Adolf weggewohnt. Und unser Vorstand, der hat auch 100 Meter weiter weggewohnt. Allerdings nicht in diesen Wohnungen. Der hat aber wahrscheinlich immer ein Auge drauf gehabt, wenn er nach Hause gekommen ist, sei es unter Druck oder ein Wohreend. Der Vorstand meine ich jetzt, oder wie war das? Naja, der hat uns öfters einmal, hat uns auch irgendwo, hat er uns Sachen erzählt. Ich kann mich erinnern, Adolf und ich waren bei unserem Vorstand zu Hause. Dann sagt er, damals war Völdag Bundestrainer. Der Völdag hat euch schon im Visier. Er kommt demnächst auf den Lehrgang. Ihr kommt in die Nationalmannschaft. Und da waren wir noch gar nicht so weit. Adolf, du bist mit 27 Deutscher Meister geworden. Ich auch erst mit 27 Deutscher Meister. So hat er uns hochgejubelt. Und wir haben das geglaubt. Das war alles nicht wahr. Na, später hat man den Völdag ja auch kennengelernt bei Lehrgängen. Nö, das war nicht so. Ich habe euch nicht im Visier gehabt. Aber so war das. Und Adolf, wir haben uns dann anguckt. Eigentlich hat er erreicht gehabt. Der hat uns so hoch motiviert eigentlich. Also am Schluss kam es dann so weit. Oder kam es zu dem Ziel. Wie oft kommen denn Ihre Freunde, der Bernd und der Adolf, wie oft kommen die denn so zum Training? Also im Film hat man ja das Gefühl, die sind jeden Tag da. Ja, eigentlich jeden Tag. Also fast jeden Tag. Adolf war jetzt gestern wieder hier. Bernd geht es im Moment nicht so gut. Er ist operiert worden. Muss ein bisschen, schwächelt ein bisschen. Aber ich hoffe, dass er auch wieder auf die Beine kommt. Ja, und wie sehr sich der Adolf Seger beim Training bis heute reinhängt und was ihm der Sport gibt, das sehen wir jetzt im nächsten und letzten Ausschnitt aus dem Film. Der Körper muss fliessen. Ohne Sportleben ist wie Selbstmord. Ohne Sportleben ist wie ein Selbstmord sportliche Lebensqualität. Sport gehört tagtäglich dazu. Frau Zacharias, was erzählt uns denn der Film über die Werte und Prinzipien, die in Kalifornien vielleicht nicht so propagiert werden, aber einfach ganz normal gelebt werden? Ja, das war, glaube ich, auch der Grund, warum ich dann den Film gemacht habe, weil jetzt einfach nur über Sport und Erfolg und Niederlage, das wäre mir jetzt auch ein bisschen zu wenig gewesen. Ich bin ja auch Ethnologin und mich interessieren immer gesellschaftliche Dynamiken. Und dort habe ich eben einen Ort gefunden, wo ganz viel Freundschaft gelebt wird, ganz viel Fairplay vermittelt wird, ganz viel soziales Engagement. Also die drei Ringer hier, die geben immer noch Einführung. Und das ist egal, ob man jetzt der Weltmeister ist oder nur die Hobbysportlerin. Man wird da einfach aufgenommen. Und das ist für mich einfach ein ganz utopischer Ort, weil dort eben solche Werte noch gelebt werden. Also Werte, die der Sport ja zweifelsohne hat, aber die vielleicht in der heutigen Zeit, sie haben ja auch die großen Sportarten angesprochen, nicht unbedingt mehr so gelebt werden. Und es hat mich sehr fasziniert an den drei Ringern, dass die so bodenständig geblieben sind. Ich meine, die haben immense Erfolge erlebt. Das ist ja unglaublich. Die sitzen manchmal bei Dagmar in der Theke auf drei Quadratmeter und was da an Medaillen sitzt und was die geleistet haben. Und die lassen das nicht raushängen oder so, sondern die setzen sich so einfach für die Gesellschaft ein und zeigen, ja, finde ich all das Gute im Sport. Und das fand ich einfach unheimlich schön. Und dann natürlich diese Geschichten wieder hervorzugraben. Wir haben es ja gerade gehört, was der Mario erzählt hat. Also die Hallen waren voll. Das war einfach der Sport hier. Und das ist so ein bisschen auch ein vergessenes Kapitel in der Sportgeschichte ganz allgemein. Also nicht nur hier in Freiburg, aber diese Ringer-Szene, die lebt. Also es gibt unheimlich viele Ringer-Vereine. Hier in Freiburg sind es drei. Es gibt ja auch noch einen dritten Verein hier, Germania 1885. Und dann um Freiburg herum auch noch mal drei, vier Vereine. Und da wird unheimlich viel soziales Engagement gezeigt. Und das fand ich wahnsinnig schön. Und wie kamen Sie auf die Idee? Wie kamen Sie zum Kalifornia? Erzählen Sie einfach mal, wie die Genese des Films war. Ja, also ich habe da selber auch trainiert, tatsächlich. Ich bin aber nicht Ringerin, bin Leichtathletin. Ich gehe vor allem immer ab Herbst bis Frühjahr dorthin, um halt so ein Aufbautraining zu machen. Und so bin ich, man kommt ganz schnell in Kontakt mit den zwei sowieso. Die Dagmar begrüßt ja wirklich jeden. Sie ist sozusagen die gute Seele. Man kommt rein und dann strahlt da die Dagmar. Und das ist einfach total schön, auch wenn man mal einen stressigen Tag hat. Und dann kommt man ins Gespräch. Und ich habe relativ schnell dann eben erfahren, was da für Geschichten eigentlich vergraben sind in diesem sehr verwinkelten, großen, alten Kraftraum. Genau, und dann habe ich erst ein paar Jahre da trainiert, aber konnte ja schon meine Recherche eigentlich machen. Habe dann ein Treatment geschrieben und erst als dann es klar war, dass es eine Förderung gibt, habe ich sie eingeweiht sozusagen, dass ich gerne einen Film mit ihnen drehen würde. Und dann? Waren Sie sofort dabei oder hatten Sie Bedenken? Oder wie war das für Sie? Wir waren eigentlich gleich mit dabei. Klar. Wir haben ihnen zugesagt und dann habe ich auch gedacht, oh, okay, was kommt da auf uns zu? Wir wussten ja noch nicht, was da auf uns zukommt. Ja, aber war eine schöne Zeit. Und wann genau wurde gedreht? Wie ist es so abgelaufen? Also wir haben 2019, den gesamten Sommer eigentlich, im Fitnessstudio California gedreht. Ich glaube, wir haben im Juni begonnen und bis in September rein. Und das war ein wahnsinnig warmer, heißer Sommer. Also wir mussten Kalifornien nicht unbedingt erzählen. Es war einfach schon in dem Material drin. Wir hatten durchgehend über 32 Grad bis 40 Grad hoch. Also es waren, glaube ich, schon ein bisschen erschwerte Verhältnisse allein schon durch die Hitze. Wir haben auch mit einer sehr großen Kamera gedreht, mit der RED. Das ist eher untypisch, mit so einer Kamera einen Dokumentarfilm zu drehen. Also der Kameramann und der Tonmann waren auch relativ gefordert, gerade bei den Temperaturen. Aber ja, wir wollten einfach einen Kinodokumentarfilm machen und haben gesagt, dazu brauchen wir die nötige Technik, damit die Bilder eben auch auf der großen Leinwand so wirken können. Jetzt heißt es ja Dokumentarfilm, aber die Leute wissen natürlich, sie stehen vor der Kamera, sie sind irgendwann mal auf der Leinwand. Was haben sie so für Tricks und Kniffe, damit die Leute möglichst sich selbst bleiben und nicht irgendwie versuchen, sich zu verstellen automatisch? Ja, also ich spreche das erst mal gar nicht an, sondern ich versuche eigentlich, auf die Protagonisten und ihre Eigenheiten erst mal einzugehen und damit zu arbeiten. Also ich finde das auch schön. Also der Adolf spricht ja auch manchmal in die Kamera rein oder der Mario und das finde ich wichtig und gut und das ist das Authentische auch beim Dokumentarfilm. Klar, dann bei den Interviews, da war es dann auch, hatte ich das Gefühl, schwieriger, weil so bewegt man sich ja einfach dann im Fitnessstudio und begleitet die Leute und beim Interview ist es dann erst mal, dass man so eingerichtet dann sitzt und dann auf einmal Fragen beantworten muss und also bei mir ist da eigentlich die Devise, wir nehmen uns so viel Zeit, wie einfach gebraucht wird. Also mit dem Bernd, glaube ich, haben wir ein dreistündiges Interview gedreht. Da war aber auch sehr viel Redebedarf da und genau, also so schaue ich einfach, wie es den Protagonisten gut geht und das ist ja auch das Allerwichtigste, dass die sich wohlfühlen vor der Kamera und ich glaube, wir hatten einfach schon über die Jahre so ein Vertrauensverhältnis, weil wir kannten uns. Ich bin da ja nicht hingegangen, habe gesagt, so jetzt drehen wir, sondern kannten mich ja schon, kannten ja auch meine Geschichte ein bisschen und ich hoffe oder denke mal, das hat es auch ein bisschen vereinfacht. Sie haben daraus eine Version gemacht, Stunde 40 etwa. Wie viel Material muss man für sowas sichten? Oh Gott, also wie viel Stunden Material das war? Also wir haben 37 Drehtage am Ende gehabt und wir sind schon, also wir sind Dokumentarfilmer, das heißt, wir drehen sehr viele Stunden am Tag. Wenn man das jetzt hochrechnet, keine Ahnung, aber ich habe allein zum Sichten des Materials, also das alles nochmal live durchzusichten, habe ich fünf oder sechs Wochen gebraucht. Nur sichten, da war noch nichts geschnitten. Und da waren natürlich bestimmt auch viele Szenen dabei, wo man das, ich nenne es jetzt mal das magische Viereck, Sabatini, Sabatini, Flyseger so in Action gesehen hat. Was würden Sie so sagen, ist das so der Kern der Geschichte, das Verhältnis dieser vier Personen und drumherum ist alles aufgebaut? Oder wie sind Sie so da rangegangen, die Geschichte dann zu erzählen? Ja, natürlich, die bilden irgendwo ja das Herzstück, wobei die Dagmar ja und auch dieses Fitnessstudio eigentlich für mich die vierten und fünften Hauptprotagonisten sind. Und das war natürlich sehr schwierig, das in den Film zusammenzubringen, weil es sind eigentlich vier Handlungsstränge. Bloß wir haben ja noch, gerade auch im Einspieler gesehen, noch Nebenprotagonisten mit den beiden jüngeren Sportlern, den Maximilian Remensberger und dem Martin Fleick, der ja ein sehr erfolgreicher Parasportler ist, auch mehrmaliger Weltmeister. Genau, und ich habe eigentlich am Anfang die unterschiedlichen Handlungsstränge geschnitten. Also das war Dagmar und Mario eigentlich als Pärchen und Adolf und Bernd, die ja seit über 70 Jahren sich kennen. Also die kennen sich noch länger als Mario. Also ich glaube, ihr kennt euch seit 60 Jahren. Bernd und Adolf, die haben sich früher kennengelernt. Schon mit fünf, sechs haben die schon sich kennengelernt. Und das erste Mal miteinander mit sieben oder acht auch dann gerungen, eben auch noch in dieser Konkurrenzsituation, diese zwei unterschiedlichen Vereine. Also das war dann das zweite Pärchen und die Nebenprotagonisten auch nochmal mit ihren Handlungssträngen. Und das war dann die große Herausforderung, das zu verweben eigentlich. Das scheint ja offensichtlich ganz gut geklappt zu haben. Der Film hatte Ende Oktober Premiere in Freiburg. Stand heute, hat mir der Ludwig Amann, der Leiter des Kinos gesagt, 1932 Menschen haben den Film gesehen. Er geht, glaube ich, jetzt auch noch mal auf jeden Fall in eine vierte Woche in Freiburg. Was sagen Sie zu den Zahlen und wie ist so das Feedback, was Sie so kriegen? Also das Feedback ist sehr gut. Ein Erlebnis war jetzt am Freitag, da waren wir auch nochmal drin im Kino, da sind zwei Frauen auf uns gekommen, wenn man ja auf der Bühne war und sagen, ach, wir sind ja zuwärtig am Wochenende in Freiburg und machen einen Bummel und dann haben wir das Kinoplakat gesehen. Dann haben wir uns kurz entschlossen, ins Kino zu gehen. Und sie bereuen es nicht. Der Film war so was von toll. Also das hat Nadine und die Kameramann super hinbekommen, das ganze Filmteam. Also die Bilder, es ist abwechslungsreich. Es dreht sich nicht nur um eine Person, es sind immer Sachen drin, die passen zusammen, die sind stimmig. Also ich habe nicht gedacht, dass der Film so gut wird, aber alle, alle, die jetzt drin waren, die haben gesagt, super, egal ob sie irgendwo mit dem Ringen was zu tun haben oder mit dem Studio. Es gibt Leute, es gibt Leute, Zuschauer, die sind gekommen, ohne dass sie uns kennen, ohne dass sie das Ringen kennen, ohne dass sie irgendwie Kontakt haben. Die waren auch begeistert von dem Film. Also das hat Nadine super hinbekommen. Also das sagen alle. Also der Film ist so abwechslungsreich. Und die sind tolle Bilder. Also mich hat es total angemacht. Obwohl ich vorher schon skeptisch war. Dann hat man gesagt, die Regeln gibt doch nicht so viele her. Aber wirklich. Aber alle, alle Leute, alle, die drin waren, sagen, toll gemacht, super. Gut, und 1932 Leute, also die 2000 sind schon in Sicht. Was sagt da die Filmemacherin? Ja, ich schaue da gar nicht so oft die Zahlen, aber es freut mich natürlich sehr. Es wurde uns eben auch oft so vermittelt, ja, was soll denn das für ein Film sein? Und also ins Kino. Und wir haben natürlich das immer für die große Leinwand geplant. Also der Kameramann kommt auch vom szenischen Film. Dementsprechend sind das auch sehr, sehr tolle Bilder. Die er gefunden hat. Und wir wollten ja auch dieses kalifornische Flair einfach so übertragen hier nach Freiburg. Und ja, das freut mich unheimlich, dass wir jetzt, also wir waren in der ersten Woche, glaube ich, jede Vorstellung ausverkauft. In der zweiten sind wir dann in den größten Raum gewechselt bei der Harmonie. Mein Tonmann hat so lustig gemeint, dass wir jetzt Scorsese mal abgelöst haben. Ja, das ist natürlich toll. Ich denke, er kommt gerade in Freiburg sehr gut an, weil man kann so gut damit connecten. Ich glaube, es sind auch schon Leute bei dir vorbeigekommen, Dagmar. Es sind bei mir Leute vorbeigekommen am Sonntag, ein älteres Ehepaar. Ja, sie wollten mal gucken, die Wirkungsstätte vom Adolf Seger sehen, ob sie auch so einen Ingwer-Tee trinken könnten. Und haben sich also wirklich nett mit mir unterhalten. Oder ich habe E-Mails schon bekommen von Männerstammtisch, die sich bedankt haben für den tollen Film. Jetzt gestern Abend wieder eine ehemalige Nachbarin von Adolf, die mir geschrieben hat und sich bedankt hat. Also die eigentlich sagen, es ist ein toller Film und wir können eigentlich nur weiterempfehlen. Also bin ich wirklich dankbar. Ist der Film eigentlich auch eine gute Werbung für das Studio? Also haben Sie jetzt schon einen Aufnahmestopp oder könnte ich auch noch fragen, ob Sie mich ab und zu mal trainieren lassen? Nein, im Studium merken wir eigentlich wenig davon. Es kommen einige, die schon früher bei uns trainiert haben, die schauen wieder mal rein, sagen Hallo und so. Aber es könnte sein, dass es vielleicht eine Sogwirkung hat, dass man sagt, ja, geht mal wieder mal ins Fitness Kalifornien. Das könnte schon sein. Aber im Moment merken wir jetzt noch nicht viel davon. Okay, gut. Aber es sollte ja auch kein Werbefilm sein. Nein, das ist schon klar. Aber es hätte ja sein können, dass die Leute sagen, da ist so angenehm, da ist so familiär. Ich suche gerade was. Ja gut, wir sind ja im Studio sehr familiär. Ich sage mal, kennt ihr jeden von klein bis zum größten. Das kennt alle mit dem Namen. Das macht schon was aus. Okay, gut. Zum Abschluss noch eine Frage an die Frau Zarrarias. Wie geht es jetzt mit dem Film weiter? Was ist so in der nächsten Zeit noch geplant? Also wir haben ja jetzt, deswegen sind alles so Prozesse, 2019 haben wir gedreht und es hat dann eine lange Postproduktionsphase gegeben. Eben das Schneiden war eine längere Sache, aber auch Corona hat so einiges ausgestoppt. Das heißt, wir haben jetzt 22, eine ganz erfolgreiche Festivaltour hinter uns. Da haben wir auch gesehen, dass der Film sehr gut nicht nur in Freiburg funktioniert, er trifft ja irgendwie den Nerv der Zeit. Er hat irgendwie, glaube ich, auch immer dieses zwinkernde Auge und so diese positive Herangehensweise in der heutigen Zeit, glaube ich, ist es auch mal schön, so einen Film zu haben mit ganz, ganz spannenden Lebensgeschichten und haben jetzt quasi unsere Kinotour am 26. Oktober in der Harmonie gestartet. Eben wir laufen jetzt auch noch vierte und fünfte Woche in der Harmonie und gehen jetzt weiter auf Kinotour, haben morgen unsere La-Premiere im Kino, Forum La. Am Sonntag haben wir unsere Emmendingen-Premiere und den Termin habe ich noch nicht ganz drauf, das ist Ende, Ende November laufen wir auch in Haslach im Kinzigtal. Allein in diesem kleinen Tal gibt es drei Ringer-Vereine, die total engagiert sind und den Film sehen wollen und so arbeiten wir uns quasi jetzt vom Süden weiter nach Norden und Osten und wollen eben eine deutschlandweite Kinotour machen. Wir laufen auch noch auf der Filmschau Baden-Württemberg am 7. Dezember in Stuttgart, da sind wir auch für bester Dokumentarfilm nominiert. Genau. Und ich denke, wir werden noch das ganze nächste Jahr eigentlich mit der Kinotour beschäftigt sein. Sehr schön, dann zieht der Film also hoffentlich weite und weiteste Kreise. Da wünsche ich Ihnen allen sehr viel Erfolg mit dem Film und mit dem Studio und danke ganz herzlich, dass Sie bei uns waren und Ihnen liebes Publikum natürlich fürs Zuschauen und damit bis zum nächsten BZ-Talk. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020